Hallo Leute, es geht weiter mit Avalon Code und ich hab nachgeguckt. Es ist richtig, was wir gemacht haben und weiter. Wir müssen erst mit Georg hier so reden. Als ich hörte, dass du dir Sorgen machst, konnte ich nicht einfach und richtig da sitzen. Du bist nicht alleine Vater, mach dir also keine Vorwürfe. Wenn die Stadt in Schwierigkeiten ist, werden wir alle mitpacken, anpacken. Wenn du dir Sorgen machst, werden sich alle wie jetzt versammeln. Das ist, weil alle diese Stadtruhren lieben. Und auch dich, ihren Gründer. Sylvie, danke an alle. Du hast recht, ich bin nicht allein. Hm, ich erinnere mich, dass meine Frau vor langer Zeit einmal das gleiche gesagt hat. Aha. Gebt mir eure Stärke, Rohren wird wiederhergestellt. Aber leider kann ich nicht das gleiche von den Soldaten und ihren Familien sagen. Selbst die Herzen der Kinder werden lange gebrauchen, bis sie vollständig gehalten sind. Lass uns mit feindlichen Kräften das Rohr wieder erlangen, das wir kannten. Gut, mit ihm ist wieder alles in Ordnung. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast, Roxas. Reden. Und, ach ja, du kannst das hier haben. Ähm. Warte, wie kriege ich jetzt? Warte, da stand doch, ich muss... Warte, wie kann man jetzt... Warte mal, wie kann man das jetzt... Kann man das jetzt kaufen oder was jetzt? Hä? Warte, wo kann man das scheiß Elixier jetzt wiederfinden? Warte, da war noch ein anderer Tipp, dass man bei Romanio das kaufen kann, aber glaube ich eher nicht. Na, gucken wir mal. Kaufen. Halt die Fresse. Oh, biedet ihr, fick dich. Ja, in Romanio gesehen, aber wo genau? Wartet mal kurz. Hallo Leute, ja, es geht weiter und ich habe was gemacht, also... Das war schon richtig, dass man von ihm das bekommt, aber ich habe das schon davor bekommen von ihm. Das habe ich total vergessen. Ich hatte diese Tafel schon gehabt, habe nachgeguckt. Hier könnt ihr auch das gleich sehen. Warte, ich zeige euch das mal. Objekt, nein, ähm... Tafeln. Und ich glaube, ich weiß, warum ich bei Hochi das nicht geschafft habe. Weil, als ich jetzt versucht habe, dieses Elixier zu machen, habe ich ganzheit Eisen gemacht, aber in diesem Text stand Eis. Vielleicht kann es sein, dass ich das auch falsch gelesen habe. Hier, das habe ich schon längst gehabt. Und das habe ich jetzt gemacht und das gebe ich jetzt ihnen einfach mal. Gucken wir mal, was er jetzt dazu sagt. Zeigen. Objekte, Flaschen, Elixier. Hier. Auch 250, boah, leck mich. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe die MP-Punkte aufgeheilt. Und ich glaube, das ist wirklich der letzte Part für heute. Ich habe sehr viel aufgenommen. Seit 3 Uhr nachmittags habe ich jetzt aufgenommen und es ist gerade 20 Uhr 1. Ah, heftig, heftig. Oder wann habe ich aufgenommen? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Zeigen. Objekte. Flaschen. Das zeigen wir jetzt ihnen mal. Und? Bei den Göttern. Es ist das Elixier. Ja, das ist wunderbar. Danke, Roxas. Jetzt können wir den Prinzen heilen. Ich muss mich irgendwie revanchieren. Ich sage dir, wie du das Schwert machen kannst. Diese Klinge hat mir in unzähligen Schlachten geholfen. Bitte nimm sie. Generalschwert. Achso, das war doch irgendwo da hinten auch noch. Bis nachher dann. Okay, Generalschwert. Oh, warte. Was stand da? Äh, umblickt aber ein gibtes Auge. Seine Stärke erkennen. Okay, interessant. Äh. Ey, war das jetzt alles? Mehr hast du nicht zu sagen, oder wie? Ähm. Haarschmuck. Ja, okay. Zeigen. Ähm. Waffen. Schwert. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Das habe ich noch nicht. Und, redest du jetzt? Nein. Zeigen. Mann, oh Mann. Ich muss ihm so viel zeigen. Ich will eigentlich seine Scheißsache da lösen. Wirklich? Warte, was habe ich noch für Schwerter? Oh, ein Hammer. Warte, was hat er für eine Abneigung? Das muss ich jetzt aufpassen. Ich will. Gegen Bomben und Gras hat er nichts. Äh, nein. Bomben und, ähm... Hammer hat er nichts. Okay. Kuchen, Puppen, ähm... Puppen. Okay. Dann mag er die ganzen restlichen Sachen. Gut. Bombe. Dagegen hat er keine Abneigung. Okay. Zeigen. Zubehör. Hüfte. Und? Dankeschön. Das ist für dich. Sinn und neun Karte. Ach, leck mich doch. Zeigen. Zubehör. Äh... Habe ich nichts anderes für Brust? Ähm... Nein, das mag er ja nicht. Warte. Okay, es geht weiter. Waffen. Hammer. Okay. Reden. Ey, rede verdammt nochmal mit mir richtig. Ich hasse dich langsam. Hier. Zeigen. Waffen. Geschoss. Hier. Leck mich, du Eiersack. Also, wir sehen uns gleich wieder bei Heave. Okay, es geht weiter. Ach, Mann, oh Mann. Ich muss ihm so viele Sachen geben. Nein. Waffen. Geschoss. Hier, seht ihr das an? Ja, leck mich doch am Sack. Egal, ich mache so lange weiter. Ich mache aber mal so lange weiter, bis er irgendwie abbricht oder so. Gut so. Zeigen. Waffen. Mann, Waffen. Geschoss. Hier zeigt jemand die Donnerbüchse. Vielleicht freut er sich darüber. Ah, immer noch nicht. Zeigen. Waffen. Bombe. Die habe ich schon gezeigt. Jetzt kommen die. Ey, du würdest mich doch verarschen, oder? Hammer. Das habe ich. Das habe ich. Okay. Das habe ich auch. Lange habe ich nichts mehr zu zeigen. Ähm. Okay. Der Spasti kann mich jetzt mal. Er kann mich so doll an meinen Arsch lecken. Er kann mich jetzt mal. Ich gehe jetzt mal zu Faldo und mache bei ihm mal das. Warte, wie viel habe ich eigentlich? Ja, okay. Das geht noch. Das geht noch. Das geht ja noch. Und wenn ich das nicht schaffe, ist es der letzte Part für heute. Dann sehen wir mal weiter, ob ich jetzt da weiter aufnehme oder nicht. Weil ich habe schon eigentlich alles. Und... Den 4 Zeigen Waffen Hier Ach du bist auch so einer wie der Waffen Mann Nicht das Das hier aber Du kannst mich so doll mal in meinen Arsch lecken, ich schwör auf alles Ach, wir sehen uns gleich wieder So Leute, ich hab bei Faldo nicht ausprobiert, weil ich denke, es kommt sowieso nichts bei ihm Deswegen werde ich mal die Stadt erkunden und gucken, was die anderen zu mir sagen Gott sei Dank Warte, was macht ihr, sie? Haarschmuck, ja, okay Zeigen Zubehör Kopf Haarschmuck Warte, sagt sie jetzt irgendwas zu mir? Nein Okay Ich geh mal pennen, vielleicht kommt dann was Wenn nicht, dann ist das wirklich der letzte Part Weil ich hab auch nicht so lange Zeit dafür, jetzt irgendwie die ganze Zeit zu machen Okay Ich bände jetzt schon den Part Und wir sehen uns beim nächsten Mal Also bei Part Part Ähm 96 Da wird das Mit den neuen Welten entstehen Also, wie die neue Welt aussehen wird Das könnt ihr entscheiden Das werdet ihr aber morgen schon sehen Und Tschüss